Para Brahman, das höchste Brahman. Para heißt schon das höchste und jenseits. Brahman ist das absolute. Eigentlich ist Brahman schon das absolute und Para allein ist schon das absolute. Para Brahman ist das absolute absolute, das jenseitigste Jenseits. Das ist einfach nur ein Ausdruck, der ganz besonders ausdrückt, weil wir wollen zum höchsten kommen. Es gibt ja auch diesen Ausdruck. Erbietung dem Guru, der sich manifestiert als Brahma, Vishnu und Shiva. Erbietung dem Guru, der Para Brahman verwirklicht hat. Und Erbietung dem Guru, der mich bitte zu diesem Para Brahman führen möge. Para Brahman, das absolute. Para Brahman, das höchste. Para Brahman, die Erfahrung von Para Brahman, das ist das Ziel von aller Existenz. Letztlich man kann sagen, es gibt den manifestierten Brahman, das ist diese Wirklichkeit, diese Welt. Im Grunde genommen gibt es nur Brahman. So Shankara sagt, Brahma Satyam, es gibt nur Brahman. Jagan, Mitya, die Welt als etwas Getrenntes ist nur Täuschung, Illusion. Es gibt nur Brahman. Brahman, kann man sagen, hat zwei verschiedene Aspekte. Es gibt den manifestierten Brahman und diese ganze Welt ist Brahman. Man kann auch sagen, wir nennen die Welt Brahman und Brahman die Welt. Zwar kann man sagen, die Welt ist auch Illusion. Die Welt gibt es nicht so, wie du sie wahrnimmst. Aber du siehst eine Welt. Jetzt können sich die Vedantins unterhalten, gibt es die Welt, gibt es sie nicht. Es ist nur Schein, ist auch der Schein wirklich oder unwirklich. De facto nimmst du eine Welt wahr. Und weil du eine Welt wahrnimmst, aber die Welt trotzdem Brahman ist, muss die Welt Brahman sein. So gibt es also einen manifestierten Brahman. Und du kannst dir das auch vorstellen. Du kannst sagen, ja, diese wunderschönen Blüten sind Brahman. Diese wunderschönen Blumen sind Brahman. Auch das weniger wunderschöne, gut, hier gibt es nur Wunderschönes jetzt im Bild, auch das weniger wunderschöne ist auch Brahman. Alles ist Brahman. Sarvam Brahman. Sarvam Kalvidam Brahman. Das ist ein anderer Ausdruck an der Schrift. Alles ist wahrhaftig Brahman. Also Brahman gibt es als manifestierter Brahman. Aber es gibt eben auch Parabrahman. Und Parabrahman soll heißen, nicht manifestierter Brahman. Die Wirklichkeit, reines Bewusstsein, das sich nicht manifestiert. Das ist das, was du auch erfahren willst. Du kannst Gott auf zweierlei Weise erfahren. Du kannst erfahren, dass Gott überall im Manifesten ist. Und du kannst Gott verwirklichen, indem du jenseits des Manifesten gehst. Als drittes gibt es dann natürlich noch Ishvara. Ishvara ist wie das Mittelding zwischen Nicht-Manifesten und Manifesten. Ishvara ist Brahman, der in die Welt als Intelligenz hineinwirkt und letztlich die Welt schafft, erhält und zerstört. So wird auch gesagt, Ishvara wäre Saguna Brahman. Das heißt Brahman mit Eigenschaften. Gut, jetzt hast du schon einiges. Du hast Parabrahman, den jenseitigen Brahman. Du hast den manifestierten Brahman, diese Welt. Dann hast du Nirguna Brahman, das ist Gott ohne Eigenschaften, identisch mit Parabrahman. Und du hast Saguna Brahman, Ishvara, der Schöpfergott, der Gott die Welt schafft, erhält und auflöst. Gut, also viel mit Brahman und besonders eben Parabrahman. Brahman, der jenseits aller Vorstellungskraft ist, jenseits aller Gedanken, Parabrahman, höchstes Brahman, höchstes Bewusstsein.